Einen wunderschönen guten Morgen aus Berlin. Es ist Donnerstag. Heute ist der 9.7. und es ist 8.24 Uhr. Wir sind relativ spät dran heute. Ich habe vielleicht ein bisschen länger geschlafen wieder, aber egal. Ich mache abends immer noch ein bisschen was für die Arbeit, sodass ich früh vielleicht ein bisschen später am Start sein kann. Meine Stimme ist ungewöhnlich tief. Merke ich gerade, was ist denn da los? Hat er getrunken? Wieder Schnapspaulin gefressen? Nein. Ich werde langsam älter. Und mit dem Älterwerden verändert sich auch die Stimme, habe ich gehört. Ja, heute ist Donnerstag. Ich werde gleich um 9.00 Uhr mit Micha ein bisschen quatschen. Mich auf den neuesten Stand bringen, was ihn angeht, er sich auf den neuesten Stand bringen, was mich angeht. Und dann vielleicht auch noch ein paar fachliche, dienstliche Sachen besprechen. Und um 10.30 Uhr bis 12.30 Uhr bin ich dann in einer Telco dabei, von deren Themen ich noch nicht so viel weiß. Aber ich soll zumindest, denke ich, erst mal zuhören und mir das anhören, was da erzählt wird, um da so ein bisschen einzusteigen. Ich soll ja mehr in Projekte mit rein. Und das wird jetzt, denke ich mal, auch mehr und mehr passieren. Und ansonsten, was gibt es noch zu erzählen? Streamen gestern war gut. Batman hat mich hier und da vielleicht ein bisschen salzig gemacht. Ich habe ihn ein paar Mal richtig auf die Fresse gekriegt. Und wir sind aber ein gutes Stück weitergekommen. Wir haben den Joker jetzt einkassiert. Der ist im Arkham Asylum, hat aber leider auch schon mehr oder weniger Harley Quinn auf den Weg gebracht. Und ich bin mit Alfred als Bruce Wayne oder Batman ziemlich rüde umgegangen. Und ich hoffe, dass ich nächsten Mittwoch, wenn es dann weitergeht, ein bisschen netter zu ihm sein kann. Mal gucken. Wir müssen noch einen Schnellreisepunkt freischalten und dann geht es eigentlich weiter durch die Hauptquest und vielleicht noch ein paar Nebenaufgaben erledigen. Wir gucken mal. Ja, ansonsten, heute ist Elite Dangerous am Start im Stream. Es ist lange her. Ich weiß gar nicht, wann der letzte Elite Dangerous Stream bei mir war. Aber heute ist es wieder soweit. Heute wird Elite Dangerous gestreamt und ich freue mich schon sehr darauf, wieder mit der Schiffsstimme zu reden und ihr Befehle zu geben und da zu sitzen und praktisch nichts zu tun, nur mit dem Chat zu reden und von A nach B zu fliegen und irgendwelche Sachen zu liefern oder was auch immer. Das wird sehr, sehr schön werden. Ich trage heute rosa. Mal gucken, ob ich das im Stream auch mache oder ob ich vielleicht im Stream sage, ich nehme lieber ein Orange oder was weiß ich, was besser zu Elite passt. Ein Elite T-Shirt habe ich nicht, aber ich könnte auch mal wieder mein Twitch-Stuff anziehen. Twitch-Klamotten. Ich habe ja T-Shirts, Pullover, Mützen, alles da. Ja, Socken und vielleicht sollte ich das mal wieder, wie gesagt, anziehen. Wir gucken mal. Ja, dann würde ich sagen, kommt alle gut durch den Tag und wir sehen uns, wenn ihr mögt, ab 16 Uhr mit Elite Dangerous auf meinem Twitch-Kanal. In diesem Sinne, schönen Tag und vielleicht bis später. Tschüss.